So, und... Ab nach unten. Aber wir müssen wieder auf die andere Seite, okay? Äh... Ah, okay. Ah, es geht aber schnell eigentlich. Von der anderen Seite runter... Einmal schnell rum. Was ist das gar nicht für eine Meldung? Stupido. Niu... Niu... Wo ist es? Ist auch nicht der Tochterner? Nee, nee. Der Tochterner... Äh, hoffentlich nicht. Nee. Aber auf dem Däschle. So... Ach, Elise ist schon da. Hä, da drunter? Was geht ab? Hat irgendwas unbekannt aus? Irgendwie noch mal ein Tor oder so? Tipp ich mal. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher... So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drinnen. Wenn du ihn erledigen kannst... Wenn du ihn erledigen kannst... Dann tu es. Ei, ei. Habe ich irgendwelche Möglichkeiten? Eigentlich nicht viel, oder? Gut, das Haupttor, aber... Nee, es scheint nur... Mir Wege vorzugeben. Germain hat sich ein hübsches vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Doch, doch, doch. Ich komme in jede rein. Moment. Ah doch, da kriegen wir eine Schwachstelle rein. Besonders wenn ich schon drinnen bin. Ich glaube nicht. Ich war auf Patrouille im Thron. Ich hab gar nichts gehört. Hopp. Kommt der hier hin? Gib mir die Blenden ab. So. Ja, bleib ich ja. Ja, du Bürger! Nächster. Shit. Ich muss ja eben die hier liegen. So. Jetzt sollte ich hochkommen und den Schützen ausschalten können. Ja. Passt sogar auch. Hi. So. So. Der ist weg. So. Ja, soll er doch. So. 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 da. Und ab die Post. Nur, wie komme ich rein? Das ist die Frage. Ich muss erst mal gucken, dass ich von oben ein paar Leute wegkriege. Hm. Ah, hier auch nicht. Shit. Das sieht nicht gut aus. Ah. Hier kommen wir aber hoch. Sauber. Tschüss. Bist du allein hier, ne? Ne, da hinten sind auch noch welche. Ja, guck lieber weg. Tschüss. Oh, Mann. Tod, was ich mit einem anderen Arsch? Ich bin mit Der Elisha. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Geh' mich nicht auf Eier! Doch! Da wird's nur noch zweimal das Zeug, du... Geh' mir irgendwas, was ich benutzen kann, Rauchbomben oder Heilung. So. Das ist schon mal weg, das Obergeschoss. Jetzt geht's hier noch mal tiefer. Oder noch mal höher. Ne, geht's schon mal nicht. Doch, doch. Aber wisst ihr was? Ich muss mal kurz auf Toilette. Bis gleich!